Der Teufelsfamilie ist ein Kind geworden. Wie man von Teufeln kennt, folgen sie immer böse. Doch der kleine Teufel Franzi wollte schon immer lieb sein. Deswegen gab es manchmal ein paar Konflikte. Aber schaut auch selbst mit den Zuschauern. Los, Mann, ich steh sofort auf. Ich hab heute viel zu tun. Ich geb dir den, den ich heute deinen neuen Auftrag. Ich hab aber keinen los. Es ist mir egal, ob du keine Lust hast. Na gut, Mama Teufel. So, da du dich jetzt beruhigt hast, geb ich dir jetzt deinen Auftrag. Da du die Prüfung zum bösen Teufel nicht bestanden hast, was ich nicht gut finde, geb ich dir den Auftrag, das mächtige Zauberhof zu finden. Und zwar in drei Tagen. Ich werde das eigentlich ein bisschen anders machen. Dann denke ich mal mal schon, dass ich rieche. Währenddessen bei den Munden hängst du dich. Es ist heute noch nicht ein schöner Tag zum Holzfell. Heute ist er das Ding mit Eisenbein. Und drin ist es so dunkel. Nö, jetzt ist es nicht mehr dunkel drin. Ich geh da mal rein, weil es ja rechnen will. Hättest du schon gehört? Es soll jetzt aber mit magischen Sprüchen drin, Mächtigen drin, gegeben. Und? Ja klar. Wir müssen uns unbedingt finden. Ich hab gehört, dass der Teufel erst in den Luzi-Volgenwerken entsteckt hat. Okay. Morgen früh drücken sie auf. Nur wir drei. Und zwar gleich. Zur selben Zeit bei den bösen Hexen. Diese Hexen müssen einem immer im Zeitwerk pfuschen. Als Jugendliche an den wunderschönen Tornado über die Stadt Breden abwiesen wollte, kam Lena in dieses Abschauen und hat ihn einfach weggehext. Oh, Lena. Ich muss Ihnen eins auswischen. Ich brauche das magische Buch. Roman, komm sofort hierher. Du wirst für mich das magische Buch holen. Und dann Julep gleich mit. Nein, bitte hol doch nicht. Ich, jeden, wohl nie, ich hab doch ein paar Arme. Habe ich da Parteienlern gehört? Ja, du wirst mit Robert auf die Suche nach dem magischen Buch gehen. Super, weil du bist los. Wenn du tot bist. Nein, sofort. Wenn du irgendetwas antrittst, dann war das das Letzte, was du je getan hast. Typisch, Männer. Du wirst bei den Buchmeck, die sich auf dem Weg zum Buch gemacht haben. Oh, ich hasse diese... Wenn du irgendwas mit dem Wald sagst, dann wird auf deinem Ratschland nicht mit einem Baum gestart. Leute, ruhig euch. Dabei bei den Bösenhexen. Geh schon mal vor. Dann ärgst du mich so. Ja, ja. Ja, ja. Wer ist denn irre? Wir suchen das Buch. Wir suchen auch das Buch. Das ist unser Buch. Nein, das ist unser Buch. Ein halbeschöner Städter. Das ist unser Buch. Lina, was ist das? Lina? Lina! Wo ist Lina? Lina, sieh! Hier sind wir vielleicht tolle Freunde. Lina ist schon vor einer halben Stunde gegangen. Und ihr habt es nicht bemerkt? Wieso hast du... Wieso sagst du uns das erst jetzt? Naja, ich mag euch nicht besonders. Außerdem hat Lina genervt. Das war das Einzige Gute, was du je getan hast, kleine Schwester. Ja. Also fettfische Beere, Baumwurzel oder sogar, ist das nicht so, ein paar Gänseblümchen. Lecker! Habt ihr nicht was Leckeres? Wie könnt ihr so etwas essen? Oh, wie eklig. Habt ihr nicht lieber ein paar getrocknete Mehlwürmer? Bremseblätter? Oder am besten, bitte die Kanzesse, ein paar getrocknete, ängeligen Ängelandsköpfe? Oh, was ist denn lecker? Ich wünschte, wir hätten das nicht hier. Ich geh nicht. Nein, das gibt's nicht und... Esst ihr das wirklich oder tut ihr genauso? Wir essen das wirklich, erst der lecker Tag. Nein, ekelhaft. Walken. Hat ihr nicht geschafft? Ja. Nein, bei mir nicht so. Diese Wurzel, die sind mir ganz schön schwer am Abend. Oh, ich lasse mich, weil das wird fast weniger essen. Wir müssen jetzt unbedingt aufbrechen. Das Frühstück fällt aus. Laufend, wir finden wir auf dem Weg was. Wer ist auch Wurzel nicht. Kommend, ich gebe es keinen Glück. Hm. Hm. Und? Und das ist unser eigenes Leben. Nein, Cooperissimo, es ist unser eigenes Leben. Das ist unser eigenes Leben quicker am Abend. Streitet ihr schon wieder? Ihr könnt dasISTR. Ihr könnt das Hmmm nicht holen, wenn ihr die ganze Zeit streitet. Wir schaffen das schon alleine. Genau. Wir schaffen das auch. Am Tor. Mach sofort das Tor aus! Das kann ich nicht. Warum? Wer dann? Wer dann? Ihr! Was? Ich gebe euch einzeln. Ihr müsst euch den schlimmsten Alkamm wahr werden lassen. Um an das Buch zu kommen. Dann müssen wir eben zusammenarbeiten. Das ist doch unser schlimmste Alkamm, oder? Also, nein. Wir werden sowieso das Buch zuerst bekommen, weil wir schließlich die besseren, das X-Volk sind. Die Maxis-Volk sind erst, wenn beide Frieden zwischen den Völkern herrschen. Boah! Und dann... Also, dann müssen wir eben zusammenarbeiten. Wissen wir das wirklich? Hast du heute noch nicht zuhaften, Doki? Nein! Los! Ja, ich muss das! Lina! Oh Mann! Ich hatte diese blöde Blätterhütze doch weggenäxt. Mein Adel von Anfang war gar nicht so schlecht. Das Buch gehört uns! Robert, holst du dir sofort? Ja, aber doch! Wieso halten wir uns das Buch nicht einfach? Ja, genau. Warum schließen wir nicht einfach einen Pakt? Sei still, du kleiner Klugkatastrophe! Warum denn nicht? Weil es nicht geht! Ihr könnt das Buch holen, aber dafür müsst ihr es beide wollen und zusammenhalten. Dann lasst uns Frieden schließen! Wer in ihr nicht immer kam, dafür soll ihr den Klang! Da! Oooooooh! Applaus 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 Vielen Dank.